Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Nein, ich werde den Park ausprobieren. Da mal eine Postkutsche. Oh, eine schöne Postkutsche. Ah, das wird weiter rüber. Na komm mal, es ist leichter. Oh ja. Komm, wir laufen da lang. Der Zug zur Burg laufen. Weiter laufen. Auf Augustinerstraße nach Osten. Hallo. Hier kommt. Lauf hin. 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 Da hinten kann man auch laufen. Eine schöne Kutsche. Das Museum für Konfigurationen. Die Postkutsche. Die Postketsche. Wir sind auf der Kursche. Wir kommen zum Beispiel. Danke. 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 das kostet der fahrt 5 euro schöne passkutsche so ist man früher gereist da kann man gereist damit 5 euro die wille die postkutsche ja das ist die postkutsche so dass man früher gereist muss wieder hochlaufen ja oh ich paskutsche Wunderschön, kostet 5 Euro die Fahrt.